Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselersalz mit der Bezeichnung 10 und dem Inhaltsstoff Natrumsulfurcum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Allgemein wird Natrumsulfurcum als das Ausscheidungssalz bezeichnet. Grund dafür, es regt nicht nur die Leber, sondern insbesondere die Nieren zur Entgiftung an. Diese entwässernde Wirkung macht es zum Salz der Wahl bei Flüssigkeitsansammlungen, wie sie bei Ödemen oder dicken Beinen vorkommen. Bitte diskutieren Sie mit einer sachkundigen Person, in welcher Art eine Kombination insbesondere mit den Salzen 6 und 9 für Sie sinnvoll ist. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen.